Norddeutscher Rundfunk 2021 Spock auf Pferde? Ja. Schon mal drauf gesetzt? Nee. Machen wir mal einen ersten Ausritt zusammen, oder? Ja, auf jeden Fall. Guck mich mal an. Gefällt's dir hier nicht? Doch. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das hier deine letzte Chance. Das ist ganz dick. Aber deine Augen zu. Wieso? Jetzt musst du erraten, was ich schreibe. Ich hab keine Ahnung. Chemie. Wuhu! 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 Wuhu!